Hey ihr Knödel, ich bin Halfbeat, ich darf euch heute aus die German Contest Woche 26 präsentieren und gleich mit am Start haben wir den Hayden mit einem sehr schicken und chilligen Edit. Das war auf Platz 3, jetzt kommt Platz 2 mit einem sehr schönen Over-Edit von Edit to Equism, zieht euch rein. So, das war Platz 2, kommen wir nun direkt zu Platz 1 natürlich, hier Sweet, hier ist der Imskisser glaube ich heißt er, mit einem sehr sehr schönen Edit und Ponies und alles was dazu gehört, nur leider hat ihr den 4. Hatchet vergessen, aber das macht nichts, trotzdem Platz 1. Das war OC German Contest Woche 26 und ich verabschiede mich damit. Ich bin Halfbeat, geht nicht auf meinen Channel, weil der ist echt scheiße und ansonsten, wenn ihr nicht dabei wart, dann tut es mir echt leid, ok, dann tut es nicht, aber wenn ihr nächstes Mal wieder mitmachen wollt und eine Chance habt, wieder bekannt zu werden, dann nehmt diese Klebe, die hier gerade läuft und ich bin damit raus, ciao. Outro Outro Outro